so Leute, was geht ab? Ich warst doch gerade 99 und zwar heute nicht allein erzähle ich wieder mit ihnen und zwar heute erzähle ich euch eine Jusstory und zwar jetzt geht es um meine Oma, also Oma wenn du siehst, grüßt an dich und auf jeden Fall war das so, also wir waren also bei Neu River natürlich und wir haben uns einfach, da war eine Oma auf Bank und wir haben einfach jede Potmine, jede Potmine gesnackt und wir dachten so, Alter Toma, das hat die Gelderteilung nichts, auf einmal mache ich auf ich guck nur drinnen, 500er Schein hat er, ey ich war so rot auf Gesicht, ich wollte das nehmen, aber die hat gemerkt, aber die könnte nicht zu rennen, weil ich eine Oma ist und zwar, also Oma, wenn du es hieß, das war krank, nicht, dass du in Ersteckst und sie hat einfach, weil ein Mann so gesagt, komm mal her, komm mal her und hat einfach Bullen gerufen und zwar, wir waren mit Fahrrad da und wir sind weggefahren und die Bullen-Koffer da, so mit Auto und meine Schuhe ist einfach ausgerüstet auf Strasse geblieben und ich fahre mit einem Schuh und mit einem Socken und es war einfach krank, glücklich, auf einmal, auf einmal haben wir dann wieder gegeben, Alter, ich fahre zurück, die Bullen, wir haben gesagt, dass es ein Prank war und haben die Potmine zurückgegeben und dann hat die Oma gelacht und dann hat uns einfach, weil wir ein Prank gemacht haben, ich hatte gesagt, er war auf jeden Fall Connected Typ Typ und hat uns einfach zwei Euro geschenkt, als sie mir Eis essen gegangen und voll viel, was soll ich sagen, checkt auf jeden Fall den Kanal, abonniert uns und Ciao! Nein, kein Ciao! Keine Ciao, ich habe kein Ciao, ich habe kein Ciao, ihr Brrrrpa! Untertitelung des ZDF, 2020